Hallo und herzlich willkommen zu Citys XL 2012 bzw. Citys XL Platinum. Ich bin es so dran gewöhnt, 2012 zu sagen, dass ich immer damit anfange. Mal schauen, wie lange das noch dauert, bis ich mir das umgewöhne. Wobei, eben wie mehrfach schon erwähnt, Platinum ist eh nicht so viel anders wie es 2012 war, bis auf ein paar Community-Patches und den einen oder anderen Fix. Leider, 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 eins der wichtigsten Dinge wurde nie wirklich behoben, das ist der Handel, da ist immer noch absolutes Chaos angesagt. Und ich habe euch ja gefragt, sollen wir das Offscreen erledigen oder nicht? Und ich habe es gemeint, ja, bitte die Reparaturen Offscreen durchführen. Und das habe ich jetzt auch gemacht, kurz so zum Überblick. Hier sollte hoffentlich das meiste jetzt stimmen, also zwischen Desert Town und Seestadt, abgesehen davon, dass ich mich nie darauf verlasse. Ich glaube, jetzt hat er mal eh wieder ein, zwei Regler da verstellt. Genau, hier sind noch ein bisschen höhere Schulden gegenüber von Seestadt. Ich glaube, es müssten sein 84, aber jetzt auf so viel kommt es jetzt auch nicht darauf an. So oder so, das hier, genauso wie das Verhältnis zwischen Desert Town und Rio, das sollte alles eigentlich halbwegs passen und Seestadt sowieso. Das einzige Problem nach wie vor ist, Seestadt ist quasi pleite und wird halt von Rio mitfinanziert. Also müssen wir schauen, ob wir die irgendwann auf die eigenen Füße stellen können. Nicht zu vergessen, dass die eine oder andere Stadt ja schon das neue Steuersystem hat, wo wir ja nach und nach die Steuern senken. Was allerdings grundsätzlich fehlt, ich glaube, das sieht man hier ganz gut, ist Produktionsgewerbe. Also da haben wir definitiv einen Mangel, so ziemlich überall. Ich glaube, hier noch am Wilden Fluss, nein, in Seestadt gerade nicht, haben wir das noch abgedeckt. Aber eben das ist das Einzige, wo ich sage, da würde ich noch gerne ein bisschen nachbessern. Darum werden wir jetzt in der Folge uns nochmal Desert Town anschauen. Nicht zum Autobahn bauen, weil die bauen wir ja in Monaco. Wobei, stimmt auch nicht ganz, weil eine Kleinigkeit beim Korrigieren ist mir aufgefallen, nämlich, was uns hier definitiv fehlt in Desert Town ist die Frachtkapazität. Also die ist fast komplett erschöpft. So, ich glaube, hat mal wieder was verstellt, kann das sein. Es schaut fast ein bisschen so aus, oder? Haben wir tatsächlich so viel Schwerindustrieüberschuss? Da haben wir jetzt eine negative Büroanzahl. Ja, wie schon mal mehrfach erwähnt, ihr seht es, das funktioniert alles nicht ganz so hundertprozentig. Wir warten jetzt einfach mal den Moment offen. Da muss man einfach nur ein bisschen laufen lassen. Dann zeigt er es richtig an. Kann auch mal vorkommen. Jawohl, jetzt passt es wieder. Sehr schön. Also gar einen leichten Überschuss an Büros. Perfekt. Was wollte ich sagen? Genau die Frachtkapazität. Man sieht es, wir stoßen hier langsam an unsere Grenzen. Und darum habe ich mir gedacht, hm, ihr könnt jetzt doch mal die Autobahn. Die hat momentan noch wirklich keinen Anschluss an den Kartenrand. Also wenn wir mal schauen. Hier sind wir ja mitten in der Stadt. Da bei unserem seltsamen Konstrukt geht es auch irgendwie ins Leere. Das Kleeblatt, das Legendäre. Auch eine Menge Arbeit. Und hier runter, da läuft es ja direkt ins Produktionsgewerbegebiet rein. Und da oben bei dem etwas kreativeren und leider, glaube ich, immer noch leicht fehlerbehafteten Kleeblatt. Und da sind wir auch irgendwo im Nirgendwo. Darum, warum nicht hier an den Kartenrand einen Autobahnanschluss machen. Es funktioniert nicht ganz hundertprozentig richtig, muss ich zugeben. Nämlich hat man das Problem, ihr wisst ja, wenn man Anschluss an den Kartenrand bauen will. Man sieht ja, da gibt es noch bestimmte Bereiche. Es funktioniert zwar interessanterweise in einem Bereich zu bauen, der eben noch nicht von was anderem vergeben ist, was ich sehr, sehr praktisch finde. Also einfach hier ranfahren und gut ist, dann hat man einen Anschluss gebaut. Aber ich schaffe es irgendwie nicht, mit so einem Oberkopf, also Ober, wie sagt man da? Oberkopfschild, wie sagt man zu dem Ding? Irgendwie reinzufahren. Das heißt, der Anschluss raus, der ist zwar gültig und zählt als Frachtanschluss. Allerdings der Anschluss rein, ja, da schaffe ich das irgendwie nicht. Zumindest schaut es irgendwie nicht so aus. Also ich kann hier zwar reinbauen, aber irgendwie ist da dann kein Anschluss an den Kartenrand. Aber ich glaube, das stört nicht allzu sehr, hoffe ich zumindest. Jetzt sollten wir eigentlich unsere Frachtkapazitäten bald mal ordentlich erhöht haben. Wir müssen allerdings vorher das Stück Autobahn noch anschließen. Ich sehe, hier sind wir nicht ganz auf gleicher Höhe. Ärgerlicherweise, da werden wir da mal etwas kürzen und vorher uns darauf vorbereiten, dass wir hier irgendwann auch noch eine Ausfahrt bauen, so wie hier. Also eine Auffahrt und eine Abfahrt. Die können wir noch schnell hinklatschen. Ich glaube, so viel Autobahn bauen kann ich hoffentlich noch. So, einmal aufsplitten, einmal zusammenfahren. Ich würde sagen, hier zwei und zwei glaube ich ganz okay. Stückchen da runter, vielleicht in einem leichten Bogen und das Ganze auch zurück. Selbe Spielchen dann wieder hier und dann schließen wir an den Kartenrand an. So, zusammen und einmal aufgesplittet. Sehr gut. Und die Auf- und Abfahrt, die bauen wir dann mal später gelegentlich. So. Einfach der Optik halber. Dann ist das erledigt. Und nicht vergessen, unbedingt aus den Menüs da rausgehen, ganz woanders hingehen. Wenn man hier wieder zurückschaltet, musste ich leider auch beim Testen mal feststellen, wenn man hier das deaktiviert und man ist in irgendeinem Menü drin, wo man Gebäude hat, die deaktiviert werden, dann stürzt es leider ab. Aber wir sind ja von City6L schon so das ein oder andere gewohnt. Ja, und worum jetzt so viele Minus sind, nicht wundern, der Autobahnanschluss ist sehr, sehr teuer. Vorher ist dazu gestanden, 5000er kostet in Wahrheit 50.000. Ist angeblich nicht mit dem Rathaus verbunden. Warum auch immer sollte er eigentlich sein. Das kann nicht sein, hier ist irgendwo ein Fehler. Naja, wobei es stört jetzt nicht unbedingt, vorausgesetzt er hat es dazu gezählt. Schauen wir mal. Er hat er natürlich nicht. Das heißt, er kostet jetzt, ist aber offiziell nicht angeschlossen. Das ist etwas ärgerlich. Soll man vorsichtshalber nochmal bauen? Ich würde sagen, ja. Ah, der bleibt, ah, der bleibt bestehen da am Rand. Okay. Das heißt, das ist vielleicht sogar gar kein Ausfahrtstück, das er da hinstellt, sondern Einfahrtstück. Das kann natürlich theoretisch auch sein. Ich habe nämlich, glaube ich, noch nie wirklich mir das im Detail angeschaut, wie das mit Autobahnanschlüssen ist an den Kartenrand, weil wir es eben noch nie wirklich dringend gebraucht haben. Und es ist eben auch extrem teuer. Dann nehmen wir mal einfach an. Es ist eine Einfahrt. Mal schauen, ob er es dann akzeptiert. Ja. Okay, dann zählt das hier als Einfahrt. Ja, auch nicht so schlimm. Wobei, wenn ich hier jetzt rausfahre, stellt er kein Schild mehr auf. Gut, dann deuten wir es einfach an. Ich glaube, das genügt, würde ich sagen, oder? Ich denke, ja. Und jetzt zählt das hoffentlich dazu. Ich verlasse mich einfach mal drauf. Schauen wir ganz schnell in den Handel. Jawohl, 220 haben wir jetzt. Sehr gut. Und eben, wie gleichen wir das Minus jetzt aus? Naja, eine Idee. Wir haben hier ja eine Menge Öl. Also zumindest in meiner Erinnerung. Genau, da können wir noch sehr viel fördern. Das Gebäude hier würde mich sehr interessieren. Allerdings, da brauchen wir halt 500.000 Einwohner. Weil die ölverarbeitende Fabrik, so viel kann ich verraten, die kostet zwar ordentlich, aber die bringt extrem viel Öl. Also da wären wir quasi reich mit der. Also irgendwann sollte man in Dessert Town, wenn möglich, die 250.000 Einwohner erreichen. In der Zwischenzeit würde ich sagen, behelfen wir uns damit, mit, dass wir einfach das eine oder andere Ölfeld aufstellen, schauen, wie viel Kraftstoff wir da zusammen bekommen und den einfach verhökern, beziehungsweise nach und nach sollte man ja auch hier weitere Ölfelder, ähm, Panneau. Was sind das? Da wird die Ölbogen in der Stadt. Jetzt sehe ich es gerade nicht. Hier steht irgendwo schon so ein Ding. Raffinerien. Genau, so heißen sie. Wir können ja auch Raffinerien dazu bauen. Also, ja, aber ihr seht es, wir haben ja massenweise noch Möglichkeiten, hier Öl zu fördern. Das werden wir jetzt auch nach und nach ein bisschen angehen. Abgesehen davon, dass wir natürlich jetzt nicht ewig viel Zeit in Dessert Town verbringen wollen, aber für den Moment zumindest können wir so hier unser Geld verdienen. Weil wir müssen ja noch ein bisschen Produktionsgewerbe bauen. So, jetzt ist die Frage, wo bauen wir denn die weiteren Ölfälle? Da bin ich gerade ein bisschen beim Grübeln. Hier wird mir eigentlich eins gefallen. Ich glaube für den Moment, solange wir mehr als genug Platz haben, also mehr als genug Fläche, müssen wir sagen, wo wir fördern können, sehe ich jetzt mal kein größeres Problem, da einfach irgendwo hin zu klatschen. So, wie schaut es denn aus? Es ist schon wieder drei dazugekommen. Rettet uns jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, der Moment oder eventuell auch die nächste Raffinerie dazukommt, soll es ein bisschen besser noch werden. Schauen wir mal, dass wir es halbwegs gut verteilen. Das war jetzt weniger halbwegs gut verteilt, aber müssen wir dann eh noch anschließen. Ja, die Raffinerien würde ich gerne alle irgendwie so ein bisschen zentral bauen. Das ist schon ein ganz einfacher Grund. Das Bonusgebäude, soweit ich das noch weiß, das bezieht sich auf die Nähe von Raffinerien. Das heißt, wenn Raffinerien in der Nähe sind, dann bekommt man eben den Bonus. Das heißt, das wird sich auf jeden Fall lohnen, das mit einzuplanen. Ja, und für den Moment wären wir da, ich weiß, es ist nicht schön, aber ich glaube einfach behelfsmäßig da eine Brücke drüber bauen, oder? Über die Autobahn und die Ausfahrt dann später bauen. Kleine Alleebrücke, das sollte eigentlich hoffentlich genügen. Ich hoffe, ich komme da drüber. Dann müssen wir ein bisschen Respektabstand nehmen. Dass wir da in die Höhe kommen. So, Stückchen raus, dann in die Höhe und dann hoffentlich da irgendwie drüber. Perfekt. Und dann können wir wieder da runterfahren. Falls er mich lässt, heißt das, ich darf nicht. Okay. Vielleicht weil der Dialog da offen ist, jawohl. So. Ich hoffe, das geht sich auch zum Anschließen. Wir werden es gleich sehen. Das werden wir dann, wenn wir Autobahn bauen, irgendwann mal in Desert Town. Ja, natürlich nicht. Warum auch? Bin ich nicht ganz so weit runter, wie es erforderlich war. Aber es sollte sich theoretisch mit einer zweiten Brücke reparieren lassen. Sehr schön. Ja, wenn wir dann mal hier Autobahn bauen, dann gerne, können wir das auf jeden Fall noch verhübschen. so, das ist auch angeschlossen. Jetzt mal ein bisschen laufen und schauen, wie viel Öl wir da jetzt überhaupt dazu bekommen haben. 14. Ja, ist mir nicht schlecht. Mal schauen, ob das schon genügt, hier unseren Kontostand zu sanieren. Na ja, schaut euch das an. Ich weiß, jetzt haben wir natürlich im Endeffekt weniger Geld wie vorher oder weniger plus wie vorher. Wir haben allerdings nicht vergessen, eine Menge, Menge, Menge Frachtkapazität dazugewonnen. Und vor allem, wenn wir jetzt noch weiterbauen, wir brauchen noch qualifizierte Arbeiter, dann sollte man auch noch die Produktionstokens dazubekommen vom Produktionsgewerbe und entsprechend, habe ich die Autobahn eigentlich wieder deaktiviert. Entsprechend, ja, wieder von den anderen Städten kassieren. Also, das sollte sich ja dann langfristig lohnen. Vor allem, wenn wir jetzt ausbauen, allein schon mit den neuen Einwohnern und so, bekommen wir sicher auch wieder Geld dazu von den Steuern und so weiter und so fort. Ja, wenn wir es allerdings gleich, wenn wir hier schon in dem Gebiet unterwegs sind, darauf vorbereiten, dass wir wesentlich mehr Einwohner brauchen werden. In dem Moment, wo wir Produktionsgewerbe Gebiete zubauen, das heißt, wir werden da gleich ordentlich nachlegen. Nicht vergessen, irgendwann die Deko zu tauschen. Hier in Desert Town haben wir ja, wie ich finde, sehr, sehr hübsch uns drauf geeinigt, dass wir da überall so Palmen- und Sand-Deko bauen. Finde ich sehr schön. So, die Buslinien, müssen wir uns auch mal wieder anschauen, welches hier überlastet. Die Zehen, die ist schon komplett ausgebaut. Müssen wir uns auch mal überlegen, wie wir das hier angehen. Naja, gut, und hier 500.000 Einwohner zusammenbekommen, so wie es auf den ersten Blick jetzt ausschaut, vielleicht gar nicht so weit entfernt. Also deswegen frage ich gleich, weil ich weiß, so eine Folge ist schnell zu Ende und dann frage ich es nicht. Desert Town, wie steht sie da dazu? Sollen wir da auch noch schauen, dass wir vielleicht auf 500.000 Einwohner kommen? Wäre, glaube ich, ein relativ attraktives Ziel. Also nicht jetzt dann als nächste oder übernächste Folge, sondern dann im weiteren Verlauf, dass wir einfach wieder mal gezielt hier vorbeischauen. Ich glaube, es wird nämlich wirklich nicht viel fehlen. Wir brauchen natürlich Arbeitsplätze für die Leute, keine Frage. Und in Desert Town haben wir ja mitunter das Problem, ich weiß zwar ganz ehrlich gesagt nicht mehr, warum wir dieses Problem haben. Ich weiß nur, dass es eins ist. Wir bauen ja hier nur Gewerbegebiete mit so geringer Dichte. Entsprechend brauchen wir hier nicht allzu viel Arbeitsplätze. Schwierig, schwierig. Aber das Konzept ziehen wir mal weiterhin durch, würde ich sagen. Oh, nicht vergessen, das hier anklicken, damit die Straßen passen. Ja, ich lese ab und zu, dass der Verkehr komplett zum Erliegen kommt. Also ich glaube, auch da sind wir mittlerweile gewöhnt, dass wir hier mit Verkehrschaos leben müssen in Desert Town. wie gesagt, irgendwann werden wir schauen, dass wir das eventuell mit den Bussen noch lösen. So, ich möchte gerade ein bisschen unregelmäßiger bauen. Ganz gerne, wenn er das irgendwie zulässt. Aber dann müssen wir einfach hier die Straßen manuell verlegen. Oh, teilweise genügt es von der anderen Seite anzufangen. dass er es akzeptiert. Na, hier ist einfach die Kreuzung ein bisschen. Da passt der Kreuzungsbereich nicht, schauen wir mal, ob es so geht. Nein, auch nicht. Okay, dann verlegen wir die Straßen manuell, weil ich möchte es ein bisschen, ja, abwechslungsreich haben. So, und eventuell, dass wir hier an den Rand vielleicht manuell ein paar Häuser platzieren, geht natürlich auch. So, das passt mal in niedriger Dichte. Mal schauen, was er jetzt akzeptiert. Ist auch immer noch keine Garantie, dass er es versteht. Leider nein. Und dann werden wir da oben dasselbe Probleme haben. Na ja, dann werden wir entweder hier manuell reinbauen, geht ja auch. Oder wir müssen uns doch mal mit inneren Straßen anfreunden. Oder mit höherer Dichte der Gebiete. Geht natürlich auch. Wie gesagt, da seid ihr jetzt gefragt. Gerne eure Meinung auch. Oder ihr könnt mich daran erinnern, warum haben wir hier nur niedrige Dichte gewählt. Ich weiß es nicht mehr. Wollt man vielleicht einfach keine qualifizierten Arbeiter haben. Kann auch sein. Kann auch sein. So, geht sich hier noch was aus. Schauen wir mal. auch nicht ganz. Teilweise leider, 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 leider. Wie schon mehrfach festgestellt, manche Kombinationen funktionieren entweder gar nicht oder vielleicht habe ich hier noch schlecht gezielt. Kann auch sein. Oder man muss es ein bisschen komplizierter machen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Aber ich glaube, ich muss sie aufgeben. Okay. Bevor ich euch hier quäle, eine halbe Ewigkeit mit Fehlversuchen. Ich glaube, das mag da wirklich unbedingt. Ich glaube, die Kreuzung hier ist ein bisschen defekt. habe ich so das Gefühl. Na, weg mit dir. Weg mit dir. Bitte, danke. Ja, jetzt schaut sie richtig aus. Okay. Ja, schauen wir, wie viele Produktions Tokens, Produktionsgewerbetokens wir hier jetzt noch zusammenbringen. Naja, jetzt funktioniert es. Okay. Bin ich gespannt. Schaut es im Moment aus. Nicht täuschen lassen. Kann sein, dass es sich wieder ein bisschen verstellt hat. Na, hier passt doch nicht ganz hier. Mit Rio stimmt es nicht mehr so recht. Allerdings können wir schon mehr exportieren. Da fehlen jetzt noch zwei. Mittlerweile fehlen uns Büros. Tourismus können wir noch nachkaufen. Kraftstoff, die Zahlen oben, die stimmen jetzt natürlich auch nicht. Da müssen wir auch einstellen. Das mache ich aber dann offscreen. Ja, also eigentlich ein bisschen Produktionsgewerbe noch für Rio und Seestadt. Da schaut es auch nicht gut aus. Dem müssen wir auch was zahlen, damit der Cashflow hier stimmt. Wir das Wasser bekommen, was wir brauchen. dafür sind die sonst eigentlich versorgt. Fehlt es mir ein bisschen an Strom, das können sie selber produzieren. Ja, wir müssen ihnen sowieso was zahlen wegen dem Wasser. Ist nur die Frage, wie viel das rechne ich dann aus. Also haben wir mal grob 90 oder was wäre für die Schwerindustrie? Ich glaube, 6 haben wir davor gesehen. Das heißt, das wären 72, oder? Da habe ich mich jetzt verrechnet. Stellen wir es einfach mal ein. Okay, ja, das heißt eigentlich, dass wir offensichtlich noch ordentlich was an Kraftstoff zu viel haben, dass wir verkaufen können. Oh, warum ist das jetzt wieder zurück auf 120? nicht mit dem Rathaus verbunden. Sollte es aber eigentlich sein, vor allem, wenn hier ganz offensichtlich Fahrzeuge reinfahren. Naja, da müssen wir es, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, müssen wir ein bisschen schummeln, basteln, wie auch immer. Wir können ja für den Moment, wie machen wir es denn? Können wir hier eine kleine Allee anschließen, können wir nicht. Schaffen wir das irgendwie, dass wir so da für den Moment rausfahren. Ist zwar jetzt nicht gerade sehr schön, aber vielleicht lässt er das gelten. Ah ja, ich glaube, jetzt passt es. Warum er das dann kurzzeitig als gültig angezeigt hat, frage ich mich jetzt allerdings ein bisschen. mal passt immer noch nicht, 120. Bestimmt wieder nicht, nicht mit dem Rathaus verbunden. Okay. Ich würde sagen, bevor wir uns da jetzt quälen, schummeln wir, wenn schon, richtig, wobei die Frage ist, kann ich überhaupt richtig schummeln, weil, selbst wenn ich jetzt abschneide, ich glaube, ich kann hier keinen Anschluss an den Kartenrand bauen, oder? Genau, der nächste ist erst da oben. Ja gut, dass wir zumindest ein bisschen Frachtkapazität dazubekommen. Machen wir es dann für den Moment so, dass wir einfach die Straße darauf verlängern, da rausfahren, dann bekommen wir, weiß ich nicht genau wie viel dazu, 20, 20, immerhin das hilft und schon ein bisschen für den Moment, sagen wir, ein bisschen Puffer, dass wir weiter verkaufen und transferieren können. Ist weiters ärgerlich, aber okay, das schaue ich mir mal offscreen gelegentlich an, was da schief geht. So, da wird einiger seien neu angezeigt, die ganzen Krankenhäuser. Gut, jetzt sind wir eh fast am Ende der Folge, klopfe ich noch schnell, würde ich sagen, ein paar Produktionsgewerbegebiete hin und dann werden wir das Ganze langsam abschließen. Kurz nochmal durchbesprechen, wie es weitergeht. Können hier auch anschließen, da ist sowieso schon eine Kreuzung. Schaut aus mit Arbeitslosigkeit eigentlich relativ gut, das passt noch halbwegs. Qualifizierte bräuchte man sogar noch ein paar. Da kann man auch ein kleineres Gebiet irgendwo hinpflanzen, vielleicht hier hin. Warum nicht? So an den Hügel. Fast zu steil, aber es geht noch. Sollte, glaube ich, genügen, dass wir hier genau die Arbeitsplätze alle wegbekommen. kommen. Okay, also Dessertown, letzter Blick auf den Handel. Wir können Rio offensichtlich versorgen. Sehr gut, es fehlt uns an Strom, an Landwirtschaft, an Büros. Strom, ja, bei dem aktuell doch satten Kontostand. Dank dessen, dass wir massenweise Öl exportieren, können wir natürlich problemlos noch schnell ein Kraftwerk aufstellen. Da haben wir eh schon ein paar. Können wir es auf jeden Fall auch noch leisten, dann passt auf jeden Fall die Stromversorgung wieder. So, dann können wir das da auch wieder einstellen, das hat ja wegen der Frachtkapazität auch nicht ganz geklappt. Kann man sogar eins an Überschuss liefern. ja, sehr gut, wie geht es eigentlich unserem Mega-Bauwerk, das habe ich jetzt auch nicht mehr geschaut. Ah ja, sehr schön, da sind wir immerhin schon relativ weit in der ersten Phase, uns fehlen allerdings Büros, dass wir es weiterbauen können. Okay, könnte man theoretisch auch aus New York oder aus Monaco holen. Gut, das heißt, wie geht es jetzt weiter? Ich würde mal sagen, Produktionsgebiet etc., also Produktions-Tokens haben wir jetzt genug, Produktions-Gewerbe-Tokens so. Erste Frage an euch, Desert Town, soll man auf die 500.000 spielen? Für mich gerne, dass wir da in ein paar Folgen wieder vorbeischauen. Dann ist natürlich die nächste Frage, wo geht es weiter? Ich würde mal sagen, die anderen Städte sind halbwegs okay, dass jetzt hier Landwirtschaft fehlt, ein bisschen was oder ein bisschen was an Wasser, soll man nicht stören, allerdings dürfen wir nicht vergessen, in New York werden wir den Bedarf auch bald haben und da können wir den selber nicht decken. Also, das heißt, hier müssen wir irgendwann dann sowieso wieder an den wilden Fluss oder nach Seestadt, damit wir Wasser und Landwirtschaft produzieren können. In Neu-Monaco, da haben wir ja einiges zur Verfügung selber, das heißt, da können wir selber uns um das kümmern, oder das mal groß importieren müssen und das ist glaube ich auch die Stadt, wo ich nächstes mal ein bisschen weiter basteln will, weil ich hätte ein, zwei Ideen beziehungsweise habt ihr ja auch ein paar Ideen geäußert. New York habe ich auch notiert, vielen Dank, das werden wir dann in Ruhe besprechen, wenn es glaube ich so weit ist und ja, dann freue ich mich auf eure Wünsche und in Zwischenzeit sage ich alles Liebe als Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, tschau, vierdenk und baba.